Was ist der Filmtitel? Was ist der Filmtitel? Kann bestimmt werden, wie der Titel in die Zähne ein- oder ausgeblendet werden soll. Verwenden wir den Operator einblendende Seiten und erstellen mehrere Seiten. So werden diese nacheinander angezeigt. Die Länge der jeweiligen Anzeige richtet sich nach dem zuvor eingestellten Zeitraum. Bei einer 9-Sekunden-Titelanzeige und drei Seiten wird also jede Seite für drei Sekunden angezeigt. Oder etwas kürzer, wenn wir eine Pause zwischen den Seiten definiert haben. Hier im Schriftauswahlmenü befindet sich der Button, über dem der Import weiterer Fonds, zum Beispiel aus dem Internet, möglich ist. Texturen passend zum Filmthema können ebenso auf den Von angewendet werden. Es ist auch möglich, weitere Sonderzeichen auszuwählen, wie beispielsweise das Add oder C für Copyright im Abspann. Haben wir bereits auf dem PC Texte erstellt, so können diese ebenfalls importiert werden. Schade, dass die Editieransicht immer noch in 4 zu 3 erfolgt. Erst über die Einzelbildvorschau wird der Textentwurf formatgerecht angezeigt. Mit dem Programm Magic Lights oder Partikel Magic können unsere hier erstellten Titel weiter veredelt werden. Ich entferne nun den ausgewählten Operator aus dem Storyboard. Wenn wir das optionale Titelstudio installiert haben, können wir jetzt einfach an dieser Stelle in dieses Titelprogramm wechseln. Hier erfolgt die Darstellung sofort formatgerecht. Das Programm bietet wesentlich mehr Möglichkeiten. So können auch hier verschiedene Texturen passend zum Thema verwendet werden. Oder wir bearbeiten nur einzelne Buchstaben. Es besteht natürlich die Möglichkeit, den selbst entworfenen Stil dauerhaft für andere Projekte abzuspeichern. Mehr über das Titelstudio erfahren Sie bereits in einem eigenen Beitrag in meinem Videoblog. Beide bisher gezeigten Titelprogramme können zusätzlich durch weitere Bewegungsoperatoren ergänzt werden. Dafür bietet Makrosystem drei Titelpakete an. Interessant ist das Titelpaket 2. Vielfältige Fahrtbestimmungen lassen keine Wünsche offen. Hier können wir unter anderem mit Lichteffekten arbeiten. Zusätzlich ist es möglich, den Text auf einer Glasplatte abzubilden. Zahlreiche Bewegungspfade können automatisch und manuell eingestellt werden. Wir möchten einen 3D-Titel einsetzen. Auch das ist kein Problem. Nach der Texteingabe wählen wir die gewünschte Textur aus. Das können sowohl eigene Bilder sein, als auch Texturen aus anderen Produkten. Dann bestimmen wir die Lichtquellen. Interessant finde ich die Möglichkeit, den Text als Spiegel darzustellen. Das macht nicht jeder, oder? Der Text kann über eine vorgegebene Bewegung oder auch frei mit Keyframes animiert werden. Und dann gibt es noch eine ganz andere Möglichkeit der Titelgestaltung. Hier arbeiten wir mit Masken. Zunächst schreiben wir unseren Text auf einen schwarzen Hintergrund. Ganz einfach, ohne Bewegung und nur in Weiß. Wir berechnen den Text und erzeugen gleichzeitig eine neue Szene. Diese fügen wir als Insert in die gewünschte Stelle in unser Storyboard ein. Dann starten wir das Zusatzprogramm Candy Factory. Mit diesem Programm wird unsere Textmaske nun mit einer Textur und auch Lichteffekten versehen. Auch über dieses Programm gibt es bereits einen separaten Beitrag hier bei Holgers Videotreff. Ich hoffe, Sie haben nun einen guten Überblick über die Möglichkeiten der Titelgestaltung mit Casablanca erhalten. In meinem Videoblog habe ich direkte Links zu den weiterführenden Beiträgen angelegt. Schauen Sie doch mal rein. Für heute danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auf die nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.